Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Fiesta Online mit der Jenny und vielen Schnecken. So, die sagen nicht hallo, wie unherflich. Ja, nach langer, langer, langer Zeit, wir nehmen mal wieder mit dem Großen auf. Wir wollen noch ein bisschen Schnecke machen. Und wir hatten ja im Livestream vor gut einer Woche, zwei, haben wir Level 102 geschafft, dank Masters Hilfe. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen verrückte Schnecken machen. Und ja, dann hauen wir mal rein. Ich werde ein bisschen was probieren erstmal. Und zwar werde ich erstmal das hier probieren. Jetzt muss ich erstmal gucken, das. Und dann mache ich erstmal das hier. Ja, aber das zählt doch dann nicht. Ja, aber die Schnecken werden zusammengetrieben. Wodurch ich jetzt erstmal keinen Schaden bekomme, weißt. Ja, aber die zählen nicht. Ja, ne, die zählen ja nicht. Ah, eben. Aber die Schnecken, weißt, die werden abgelenkt. In der Zeit kann ich die nämlich platt machen. Achso. Die machen ja nicht viel Schaden, weißt. Schatzi, geh da nicht mit rein. Bitte. Dass die so auf einen Platz getrieben werden, weißt du, wie ich meine? Dass die erstmal nur den Schaden an den Skeletten machen und nicht an uns. Okay. Oh, äh, fertig? Nee. Nein? Noch drei. Okay, dann hatte ich schon die drei, äh, vorher, fertig. Jetzt zählt's wieder nicht. Was zählt denn wieder nicht? Ja, wegen den Soldaten. Quatsch, das zählt sehr wohl. Noch einen. Die töten ja nicht. Die kriegen das ja gar nicht gebacken, die zu töten. Ich geb ab. So, warte. Ähm, unlösbares Feuer. Unlöschbares Feuer, nicht unlösbares, oder? Unlöschbares. Und denk dran, auch wieder anzunehmen. Ja. Ich find das blöd, dass man die immer, äh, weißt? Ja, ja. Ja, wär ja noch schöner. Hm. Musst zwar ein bisschen aufpassen, aber ich hab eigentlich genug Kapitel. Oh, wusst doch nicht so extrem rein. Sorry, ich bin immer noch so ein bisschen krank. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen krank ist gut. Das ist nur noch ein bisschen. Ja, gut. Oh, 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 die, die, die sind aber jetzt schnell um uns herum gespawnt. Aber, krieg immerhin, wir sind ja stark genug inzwischen Zeit. Ohne Probleme. Kannst du schon abgeben? Ja. Den gib ab. Ist ja nicht so tragisch, wenn der uns angreift, der eine. Der greift mich gar nicht an. Der guckt mich bloß an. Der ist verwundert. Der denkt sich, hm. Hm, guck mal, die guckt mich bloß an. Hallo. Och, Menno. Das wollte mein Freund werden. Ach so. Der hat mich schon ganz lieb gehabt und hat sich gedacht, ja, der ist so toll. Ich bin sein größter Fan. Guck mal, da hinten steht noch ein Skelett von meinem. Das hat sich da hinten auch versteckt. Hat es verlaufen? Vielleicht. Ich sehe gar nicht, ob die Gegner hier groß noch leben oder nicht, weil die sind, die sterben zwar, aber die spawnen einfach nicht. Ich finde das furchtbar. Du könntest dich allerdings zu mir stellen. Fertig. Immer so direkt zu mir stellen. Dann kriegst du nicht so viel Schaden ab, weißt? Weil ich ja die, ähm, die Agro ziehe durch meine Attacken. Ich habe nicht viel Schaden gekriegt. Ja, das ist ja auch, das ist genau auch so, wie ich es mir geplant hatte, dass du so gut wie gar nichts bekommst an Schaden. Wie viel Prozent hast du? Warte mal, wir haben ungefähr mit 20 angefangen, oder? 21, ja. Okay. Ich weiß gar nicht. Ich denke aber, das waren schon ein bisschen mehr als, äh, weniger als wo wir angefangen haben. Wir haben die immerhin schon dreimal abgegeben, oder? Aber es gibt doch bloß 1 Prozent. Ja, und? Da haben wir ja, na egal. Wie viel, also du hast jetzt 21 Prozent, ne? Ja. Du? Ich habe auch genau 21 Prozent. Ich hatte mal meine Tastatur eigentlich. Ein bisschen. Ja? Aber nicht so wie Master sein. Oh ja, das stimmt. Master hat echt eine geile Tastatur. Die hört man auf jeden Fall zu. Na ja, so geil finde ich das nicht. Ne, also guck mal, ich habe jetzt halt schon... Ne, das gibt schon immer gut Prozent. Immer, wenn es auch bloß 1 gibt. Aber es gibt wenigstens Prozente. Und dann ist es ja so, wir haben ja noch die ganzen Quests ab Level 99 übrig. Aber die dürfen wir ja nicht machen. Ja, irgendwann schon. Und das sind aber auch... Oh, der lebt noch. Das sind ja auch viele, viele, ähm... Prozente, die wir dann bekommen. Wir haben ja jetzt alleine schon 6 Stück, wo wir schon fertig haben. Wollen wir bloß nicht abgeben. Wenn wir dann immer die Bärchen machen... Äh, die Schnecken, dann kommen die Bärchen. Sollte eigentlich recht schnell gehen. Dann können wir hier noch ein bisschen wegmachen. Ähm... Wisst ihr was? Ich habe da so gerade ein Gedanke. Jenny und ich haben uns überlegt, wir möchten gerne mal wieder was zusammen spielen. Wir haben uns jetzt auch schon ein Spiel rausgesucht. Das wird jetzt nicht verwarten. Genau, was anderes als Fiesta mal zusammen aufnehmen. Und, ähm... Ja, und da habe ich mir jetzt eben so, so ein bisschen gedacht. Habt ihr da vielleicht eine Idee, irgendwie einen Vorschlag, wo ihr gerne sehen würdet oder so? Wäre doch auch mal was, wenn ihr jetzt zum Beispiel so... Gut, okay. Es sollte nicht unbedingt die Welt kosten, ne? Wohlgemerkt. Oder am besten kostenlos sein. So ein Spiel, das man antesten kann. Ein Online-Spiel, ein Strategiespiel oder, oder sowas, ne? Einfach mal eine Kleinigkeit verändern. Nicht unbedingt nur Fiesta. Weil wir haben ja auch mal Aura Kingdom zusammen aufgenommen. Das war ja auch eigentlich ganz lustig. Bis es ab irgendeinem gewissen Grad wurde, ist einfach langweilig, ne? Ja, ich weiß gar nicht mehr, was war. Dann Nostal, das war ja das erste Spiel, was wir zusammen gespielt haben, aber nicht aufgenommen. Da haben wir bloß zusammen gespielt. Das haben wir nie aufgenommen. Stimmt. Ist ja auch schon acht Jahre her, Wohlgemerkt. Das stimmt. Das war noch vor Fiesta. Also bevor Jenny Fiesta angefangen hatte. Hm. Bei Fiesta sind wir irgendwie hängigeblieben. Ja, aber das geht mir immer. Das geht mir schon seit Ewigkeit. So, ich kann noch nicht abgeben, ne? Ah, sorry. Du musst immer, also... Wenn du siehst, dass ich noch kämpfe, gebe ich nicht ab, ne? Dennoch brauchst du noch? Ja, jetzt nehme ich an. Hm. So, ach guck mal, Yukiko. Ja, ich habe gerade drei. Dankeschön. Was? Yukiko hat mich angeschrieben und schreibt, herzlichen Glückwunsch zu 102. Oh. Da freue ich mich. Soll man Nostal mal angucken wieder? Ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt. Anfeste, ich wäre das gar keine, gar keine so schlechte Idee, mal Nostal zu zocken. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es so ist. Ja, wie das, wie das ist. Ich meine, das ist halt eine 2D-Grafik, ne? Von oben, ne? Weißt du noch? Keine, ich wollte, ne, weiß ich nicht mehr. Gar nicht mehr? Ah, dann wäre es eigentlich mal richtig cool. Nostal? Klar, warum nicht? Können wir uns ja mal runterladen. Und mal anschauen. Und ich, wenn, gibt es das überhaupt noch Nostal? Ich bin ganz blöd gefragt. Ich meine, immerhin, wie gesagt, ich habe doch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehört und gesehen, ne? Ja. Hier habe ich gedacht, ich habe einen Titel bekommen, weil da auf einmal so drei grüne Dinge aufgeploppt sind. Na, schon 26% ist es da mal. So schnell kann es gehen. Ich bin ja mal so, ich muss ja sagen, ich muss zugeben, ne? Ich habe, ähm... Man muss es jetzt einfach mal sagen, ne? Ich habe momentan die Lust am Aufnehmen so ziemlich verloren. Bin ich jetzt ganz ehrlich, weil mir immer Steine in den Weg geschmissen werden. So, jetzt zum Beispiel ARK. Ich liebe ARK. ARK ist ein tolles Spiel. Ich spiele das auch sehr gerne. Weswegen ich ja den Community-Server geöffnet hatte. Ähm... Worauf meine Abonnenten ja alle spielen durften. Leider, muss ich sagen, scheinbar habe ich keine Abonnenten, die das Spiel ARK haben. Zumindest hat sich keiner bei mir beworben für das, für zum Mitspielen auf dem Server. Was schon ziemlich traurig ist eigentlich. Und, ähm... Moment, so. Und jetzt ist Master, wo noch ausfällt von dem Server. Jetzt bin ich momentan, spiele ich das, ähm... Den Community-Server komplett alleine. Was ja überhaupt nicht sinnungsweg das Ganze war. Und, ähm... Auch so, dass der Server ständig Probleme macht. Der setzt einen immer... Also... Ich meine, ihr habt es ja mal in den Aufnahmen gesehen. Der eine oder andere, der sich vielleicht für das Projekt ARK interessiert, hat ja mitgekriegt, dass sich ARK in letzter Zeit ständig aufhängt. Ähm... Das liegt nicht an ARK, sondern am Server wirklich. Und, ähm... Was mir halt, äh... Kopfzerbrechen macht. Das heißt, ich werde wahrscheinlich den Server, äh... nicht mehr benutzen. Weil, wieso soll ich einen Server benutzen? Oder mir mieten? Der andauernd... Äh... Dafür sorgt, dass ich wieder nach hinten fliege. Ich meine, ich hab ja... Ich... Zum Beispiel, ich bereite eine Stunde, lang was vor. Oder eine halbe Stunde was vor. Und, ähm... Denk, okay, alles ist gut. Und dann, kurz bevor ich aufhören will, merke ich, na ganz toll. Es ist abgeschmiert. Oder ich bin mittendrin im Vorbereiten. Dann schmiert mir das Ganze ab. Und, ähm... Ja, und das alles, was ich vorbereitet hab, war dann für die Katz, weil es nicht gespeichert wurde. Guck mal, die Schnecken... Ah, ich wollte grad sagen, die schlagen bloß extrem langsam. Ähm... Harmonie hat GT gewonnen. Oh, Glückwunsch. Ähm... Ja, und dementsprechend hab ich da momentan echt keinen Bock mehr auf Ark zu spielen, ne? Das ist so richtig zum Kotzen. Deswegen such ich momentan ein kleines Spiel, irgendeine Kleinigkeit, was mich von... von Ark, also... ablenken kann. Das ist so irgendwie so mein Ding momentan, was ich... Ja, und Fiesta mit Schnecken ist ja auch sowas. Genau, mit Schnecken ist ja auch sowas. Und die, ähm... Und die Kleinen, die werden ja jetzt inzwischen seit auch schon ziemlich groß, ne? Ähm... Und, ähm... Ja, es ist irgendwie... Irgendwie ist es momentan... Ich meine, der eine oder andere hat's bestimmt schon gemerkt, dass es auf meinem Server... Äh, auf meinem Kanal momentan sehr ruhig zugegangen ist. Die letzten zwei Wochen. Da kamen ja kaum irgendwelche Videos raus. Man muss sich zu sagen, dass du ja Urlaub hast. Ja, ich hatte zwei Wochen Urlaub und in den zwei Wochen Urlaub hätte ich eigentlich die Zeit gehabt zum Aufnehmen, aber die zwei Wochen Urlaub habe ich mir wirklich viel Urlaub gegönnt. Also, Urlaub ist ja auch Urlaub von, ähm... von Fiesta, weil, ähm... YouTube. Ähm, ja, von... von YouTube überhaupt. Ähm, weil es ist wirklich Arbeit. Es ist ja nicht nur... Der eine oder andere denkt sich jetzt auch, jo, komm, jetzt machst du aber... äh, du darfst die ganze Zeit spielen, weißt? Aber es ist ja... Oh, Vorsicht, Vorsicht, Schatz, Vorsicht! Geh, geh, geh weg, geh weg, geh weg! Das Buch ist verdammt stark. Hm. Hm. Ähm, es ist ja nicht nur dieses... dieses Aufnehmen... äh, dieses Spielen, ne? Sondern du musst ja danach die... die Videos auch schneiden. Du musst das Ganze hochladen. Ähm, bearbeiten, falls nötig. Die ganzen... die ganzen Planungen. Ähm, hier, äh, du musst gucken, dass das alles passt, dass alle da sind, wo mitmachen wollen. Oder wenn auf einmal jemand unangemeldet einfach dazu kommt und mir vorher nicht Bescheid sagt, dass er mitmacht in der Aufnahme, dann muss ich halt meine Einstellungen wieder ändern. Und, ähm, dementsprechend bin ich dann... muss ich zugeben, als mal ziemlich genervt, wenn man mir vorher nicht Bescheid sagt, dass man da mitmacht. Und, ähm, das sind dann immer solche Punkte, wo ich, äh, wo ich mir dann denke, oh, einfach mal einen Abend einfach hinsetzen und gar nichts aufnehmen. Ich hab ja eine lange Zeit, hab ich das ja wirklich, äh, hab ich ja tagtäglich irgendwas aufgenommen. Also, da war ja wirklich so gut wie jeder Tag, wo ich dann da gesessen hab und hab was aufgenommen. Hat man ja auch gemerkt, ich hab ja teilweise vier verschiedene Let's Plays gehabt, wo ich dann hochgeladen hatte. Also, das war ja auch so richtig jeden Tag vier Videos, ähm, ist halt auch schon ziemlich viel, ne? Ja, ja. Wenn ich mir überlege, wie viel Zeit ich damals hatte. Na gut, ich hab ja die Zeit jetzt nicht mehr, ne? Ich war ja damals, ähm, zeitlich nicht so eingeschränkt, wie, äh, wie heute, ne? Ganz klar. Sekunde. Hast du schon wieder angenommen? Nee, noch nicht. Ich konnte noch nicht mal abgeben. Ich hab drei Schnecken um mich herum. Aber was willst du machen, ne? Die Arbeit, dick, das Kind, das sind ja alles Sachen. Ich mein, damals war's ja so, wo der Kleine halt noch nicht geboren war, ähm, da hast du dich, äh, da bist du mittags von der Arbeit gekommen, hast du deiner Frage gesagt, äh, Schatz, kann ich mich halt mit der Resetze aufnehmen? Und da konntest du dann aufnehmen, einfach, ne? Oder was ist nicht geboren? Ich mein, ich hab ja ziemlich, ja, doch, ähm, doch, ich hab schon vorher auch gefangen gehabt, YouTube zu machen, bevor der Kleckbore ist auf jeden Fall. Da hatte ich aber noch keine 50 Abonnenten, grad so. Ja. Und, ähm, 50 Abonnenten, wenn ich mir das überlege, ich hab in der Zwischenzeit heute 461 Abonnenten und, ja, ist schon heftig. Und, ähm, ne, ist noch nicht immer zwei Jahre. Ja, ne? Und, und wenn ich mir dann überlege, ähm, oder als der Kleine noch ganz klein war, kaum einen Mucks gemacht hat, da hast du mal, oder der Mittagsschlaf gemacht hat, da hast du dich hinsetzen können und hast mal einfach mal aufgenommen. Das kannst du ja jetzt nicht mehr. Jetzt muss man jedes Mal warten, bis der Kleine halt um 19 Uhr im Bett liegt. Wenn er mal um 19 Uhr im Bett liegt, der, der meinen Stream verfolgt, weiß, was ich meine. Ähm, und dementsprechend muss ich, muss man dann halt umplanen oder kurzfristig irgendeine Aufnahme absagen, ne, was halt auch sehr oft schon vorkam, äh, wo man den, wo man auf den letzten Drücker geplant hatte und dann, ähm, hat der Kleine dann doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mit Kindern kann man nichts mehr planen. So ist es. Und dadurch ist alles so ein bisschen, ähm, es, es, äh, es wird schwierig, oder es wird immer schwieriger, äh, viele Videos zu bringen. Also mehr als zwei Let's Plays kann ich eigentlich fast schon gar nicht mehr machen. Das ist, ähm, es ist vom Zeitlichen gesehen sehr schwierig für mich. Ich müsste dann pro Abend, also ich müsste, wenn ich jetzt wirklich, wenn ich jetzt zwei oder drei Let's Plays hab auf dem Kanal, müsste ich pro Aufnahmesession immer so vier bis fünf Videos machen. Ähm, oder aufnehmen, besser gesagt, Videos aufnehmen. Was an und für sich eigentlich gar kein Problem wäre. Aber wenn du dann halt morgens oder den ganzen Tag über gearbeitet hast, dann hast du eigentlich keine Lust abends die ganze Zeit, ähm, am PC zu sitzen und aufzunehmen. Da will man dann entspannt irgendwas. Ja, du schluss, schluss ich gleich wieder. Genau. Ich bin ja in letzter Zeit, schlafe ich sogar am PC ein, weil ich einfach so kaputt bin von der Arbeit, weil wir extrem viel Stress haben auf der Arbeit. Äh, neue Kollegen, die eingelernt werden, alte Kollegen, die weggegangen sind und du denen ihre Arbeit übernehmen musst und und und. Puh, sind das dann alles so Faktoren, die da mit reinlaufen. Und, ähm, daher ist man alsmal ein bisschen müde und keine Zeit zum Aufnehmen, ne? Wie es halt so ist. Naja, aber egal, ich hoffe, also im großen Ganzen, ich hoffe, es geht jetzt wieder ein bisschen mehr voran. Ich meine, wir nehmen ja jetzt heute wieder ein bisschen auf. Die Folgen, die ich heute aufnehme, die dürften für den nächsten, ähm, die dürften für die nächsten vier, fünf Tage halten, drei, vier, fünf Tage. Wir haben ja die Tage schon ein Video aufgenommen gehabt mit den Kleinen. Da bin ich dann eingeschlafen fast, also da war ich so müde in der Aufnahme. Jenny aber auch. Da war es auch noch ein bisschen kränker. Ähm, da, äh, das war ja halt auch bloß einen Tag. Also, ich weiß nicht, wie ich es mache, ob ich es wieder alle zwei Tage bringe, dass wenigstens ein bisschen, ne, Vorlauf ist oder ob ich jetzt hingehe und sage, ich bringe es jetzt wieder jeden Tag, dann war es gestern die Folge, andernfalls halt vorgestern oder am Montag, ne, und, ähm, andernfalls trotzdem am Montag, weil da nur eine Folge zwischendrin ist, egal, ähm, ja, dementsprechend muss man mal halt schauen. Ich hoffe, wir kriegen das hin, dass wir wieder mehr Folgen haben. Schatz, sie rennen noch nicht vor. Ja, ja. Und, dass wir auch mehr Folgen haben, gute Überleitung, werden wir die Folge jetzt bänden, die geht jetzt schon ihre 20 Minuten, das ist ja wunderbar. Ähm, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, bis dahin sage ich mal tschüss, haut rein. Stopp und schreibt und schreibt mal in die Kommentare wegen Spielen, was wir eventuell, äh, spielen könnten. Genau. Vielleicht, vielleicht will ja der ein oder andere sogar eine Fortsetzung von Aura Kingdoms, weil ich muss zugeben, mir hat das Spiel eigentlich ganz schön gut gefallen. Gebe ich zu. Ähm, müsste ich auch wieder komplett nach runter sagen. Ja gut, das andere Projekt, was ich mir durch den Kopf gegangen bin, ähm, müsste man auch komplett installieren und man müsste das, ähm, Nostal, müsste man ja auch komplett runter. Ja, nee, ich, ich würde bloß sagen, dass ich meine ganzen Char-Account-Daten alles nur weiß. Das ist nicht so schlimm. Ich auch nicht mehr. Oh, okay. Hätte ich dann eh komplett neu angefangen vielleicht, weil ich hab ja auf dem anderen Account, hab ich ja die ganzen Sachen von, ähm, von meinen vorherigen Accounts drauf. Naja, egal. Ich sag einen schönen Abend, bis dahin, tschüss und haut rein. Tschüss.